so das hätten wir endlich geschafft wurde auch fast nervig wenn man ganz ehrlich ist meine güte das kampfsystem für den arsch wirklich gegen einen schafft man das ja noch aber was ist jetzt schon wieder ich habe komische temperatur anzeigen ich glaube der animus läuft heiß jesus immer ist irgendwas wie lange weiß ich noch nicht diese verzögerungen sind inakzeptabel ist ich will jede stunde einen bericht jedem es wird ein weilchen dauern des mit warum legen sie sich nicht hin oder so und sich aus wieder ich rufe ich doch nur aus hier ist jetzt mal vernünftig hin klingt als hätte die ahnung davon warum schreit er sie immer an es ist seine maschine seine theorien aber er hat sie nicht selbst gebaut wer dann sie nein abstergo hat ein ingenieursteam es gibt nicht viel was sie nicht haben aber ich habe den zusammenbau überwacht schätze deshalb ist er immer wütend auf mich er ist ein arsch er steht unter großem druck vor wie wir alle glaublich dass sie diesen kalt verteidigen waren rettete mein leben wenn er gerne ein bisschen herumbrillt lassen was zum jemand war hier drin zwar bestimmt worin der alte sieht aus wie ein zugangs code dann war es wohl nicht worin zugangscode wofür um hier rauszukommen kann ich eigentlich duschen ich kann einfach nur rum stinken die ganze zeit okay jetzt haben wir den zugangscode was bringt das jetzt ich komme ja doch nicht raus oder weil ich komme ja nicht durch diese türen die sind ja doch komme ich wohl mach die tür auf warum bist du sonst hier mach die tür auf die kameras sehen uns auf jeden fall wieso sollte ich jetzt damit interagieren ich möchte mich hier weiter um die geheimnisse herausfinden passwort eingeben können wir nochmal der nicht okay den zugangscode wissen wir anscheinend noch nicht was können wir denn hier machen klauen können wir hier einen schönen stift können wir wirklich nicht raus scheint wohl ein anderer zugangscode zu sein ich glaube dann schlafen wir oder können wir noch irgendwas machen ich probiere nochmal alles aus kann ja sein dass er da noch irgendwas tolles macht aber duschen möchte er halt immer noch nicht was ist das etwa sein tagebuch ist das etwa sein tagebuch man weiß es nicht lasst uns erstmal schlafen ich bin auch schon ganz der nächste morgen da kommt vorhin mit seinem raus aus dem bett es wird ein schöner tag sie sind aber heute gut gelaunt miss dillman hat einige modifikationen am animus vorgenommen sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können um ihnen bei der schatzsuche zu helfen das ist eine ernste angelegenheit mr malz ich glaube sie wissen die arbeit die abstergo leistet nicht zu würdigen vielleicht weil ich überhaupt nicht weiß was ihr leute tut wir ändern die welt jeden tag auf 100 verschiedene arten wussten sie dass beinahe jeder durchbruch des letzten jahrtausends sei er medizinisch mechanisch oder philosophisch von abstergo oder seinen vorgängern kam das ist eine kühne behauptung doch meinen sie nicht sie übertreiben da ein bisschen nicht im geringsten natürlich ernten wir nicht die lorbeeren das würde viel zu viel aufsehen erregen wir suchen uns unsere günstlinge sorgfältig aus warum ist das nicht offensichtlich es bedeutet dass wir die kontrolle haben aber wie was macht sie so besonders so clever dass sie all diese dinge erfinden konnten und wir normal sterblichen wie die idioten herumstolpern um fair zu sein wir erfinden sie nicht wir finden sie finden es sind geschenke mr malz von denen die vor uns waren wir sprechen später weiter die zeit bringt könnte doch interessant werden aber ich kann mich gerade nicht bewegen jetzt kann ich mich bewegen wir müssen gleich mal in die maschine maschine nun starten sie schon die erinnerung rastet komplett aus der man um gut probieren wir es mal damit wenn sie entdeckt wurden töten sie einige ihrer verfolger um leichter tretet ein alter hier wir schon da ihr schlagt euch gut drei von neun sind tot und dafür gebührt euch mein dank aber ruht euch nicht auf euren lorbeeren aus es hat gerade erst begonnen ich stehe zu euren diensten meister könig richard ermutigt durch seinen sieg bei akon reitet einen zugehend süden auf jerusalem vor salach aldin ist sich dessen bewusst und sammelt die seinen vor der zerstörten zitadelle von assur wollt ihr denn dass ich beide töte ihren krieg beende bevor er richtig beginnt nein das würde ihre armeen zerstreuen und das land dem blutdurst tausender zielloser recken preis geben sie werden erst in vielen tagen aufeinandertreffen und derweil sie marschieren kämpfen sie nicht ihr müsst euch um eine dringlichere bedrohung kümmern die männer die so tun als würden sie in ihrer abwesenheit herrschen liefert mir namen und ich liefere euch blut das werde ich abhol nur gut der reichste mann in damaskus majit adin regent von jerusalem wilhelm von montferrat die willi die willi das abschlachten unschuldiger mischt euch unter das volk dieser städte dann erfahrt ihr von ihren sünden habt keinen zweifel dass diese männer den frieden den wir suchen im wege stehen dann sollen sie sterben ihr habt euch ein weiteres ausrüstungsstück verdient nehmt es macht es euch zu nutze kehrt nach jedem anschlag zu mir zurück auf das wir ihre absichten erkennen mögen machen wir das und alter ihr seid wachsam ja sicher eure taten haben wohl die aufmerksamkeit der stadtwachen erhöht sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor ja kein problem ich zieh mir einfach einen lustigen Hut auf dann erkennt mich keiner so was kriegen wir heute krank vier erinnerungen kante greifen umschalt drücken losreißen was auch immer wir werden jetzt auf jeden fall die zwei leute da suchen dass er sich die namen und so auch merken kann ne ich hab die jetzt schon wieder vergessen ich kann mich nur an den wedli erinnern äh sie da mich denkt meine schüler verstehen nicht ganz was es heißt eine klinge zu führen vielleicht mögt ihr ihnen zeigen was ihr wisst so sicher muss ich ja so was soll ich machen drücken und halten sie die taste 1 und drücken sie umschalt wenn ihr gegner nach ihnen greift um den Griff auszuheulen und ihr gegner zu treten ja taste 1 ist die andere taste muss ich erstmal wissen was die taste 1 ist de 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 warum greift mich das hätte ich gerade eben schön wissen können aber nein frech einfach nur frech was ist das jetzt erst erfahre ihr seid beschäftigt ich verstehe mann oh mann das war fies vor dir ich mag es vor dir wählen sie ihr ziel wir gehen direkt ins büro ich weiß ja nicht ob ich noch die erlaubnis brauche von dem büro blende um sich einen fluchtweg zu schaffen deshalb gehen wir einfach mal ins büro und gucken moin sagt er irgendwas hey welches leben sollt ihr heute nehmen seines was könnte er über ihn berichten wo wo der händlerkönig von damaskus der reichste mann der stadt wie aufregend wie gefährlich ich bin benneide euch und nicht aber um alles andere wo und außerdem sachen die die anderen ich sage und ja außerdem fehlschlagen ja lässt man dies außer Acht beneide ich euch sehr ich schere mich nicht darum was andere denken oder sagen ich habe einen Auftrag zu erfüllen also was könnt ihr mir über den händlerkönig berichten nur dass er sehr böse sein muss wenn Al-Mualem euch schickt ihn zu besuchen er bleibt unter den seinen im nobelsten viertel der Stadt ein umtriebiger Mann stets beschäftigt wenn ihr eine Weile unter seines Gleisen verbringt erfahrt ihr sicher alles was ihr über ihn wissen müsst und wo sollte ich mit der Suche beginnen an eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden Moschee und dem Zug Sarusha beginnen beide befinden sich westlich von hier weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen ja diese drei Orte sollten euch helfen danke für euren Rad Trafik ich kehre zurück sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe ok machen wir das ich habe nichts verbrochen so also brauchen wir einen neuen Aussichtsturm sterb doch selber so lalala da fällt er aber breiter wenn er fällt und schreut er so gute Nacht wünsche ich ich werde hier sowieso versagen deshalb muss ich hier rüber ich weiß nicht ob er da so hinspringen kann doch aber mehr funktioniert nicht ich habe auch Hunger warum tut er das wohl äh wieso komme ich da nicht hoch ist die Frage das sind doch was tue ich da das sind doch Fenster zum hochklettern ich wollte gerade sagen eigentlich müsste der da ja hochkommen aber ich glaube manchmal hat der Mann einfach getrunken und es geht ihm nicht so gut deshalb springt er auch manchmal von hohen Gebäuden einfach so runter das macht man ja normalerweise nicht so einmal rüber klettern bitte darüber genau so dann können wir einmal ans Ende und synchronisieren ist doch nicht so schwer gut hier damit haben wir jetzt ein schönes großes Gebiet abgedeckt Partisanen was ist das denn man weiß es nicht ich gehe zum nächsten Aussichtspunkt der ist dauert hinten auf jeden Fall die geile Action Sicht oh mein Gott so hier müsste ich einmal nach oben kommen ich weiß noch nicht genau wie vielleicht kann er hier einfach hoch ich glaube nicht dass er mich kriegt ich glaube nicht da ist er das kleine Türmchen hier wieder einmal hoch da kommt er so nicht hoch da kommt er so nicht hoch da kommt er hoch genau ich denke mal wenn wir gleich im Stroh liegen dann wird das sowieso wieder Ruhe sein hier Ruhe dann weiß ich es nicht so nein einmal hier hoch und nochmal synchronisieren doch kurz da drin liegen bleiben fertig nächster Aussichtspunkt wir müssen jetzt anscheinend ein paar Aussichtspunkte hier hier werden wir ihn kaum finden er ist denn kaum was sonst gehen er klümmen so müssen aufpassen dass wir denen nicht dass wir die nicht umrennen ich flehe euch an ich bin doch ich nur an dem Leiden wenn ich euch helfe egal wie jetzt sind wir eben gut drinnen da muss ich wohl ein bisschen schneller rennen jetzt so da sind wir auch schon am Aussichtsturm ja da ist da oben äh äh gut früher konnte man noch nicht schwimmen kann passieren aber äh da sind wir zumindest wieder unentdeckt ich weiß zwar auch nicht warum der nicht schwimmen kann aber wir sind hier nicht um da um den zu verurteilen ich geh einfach mal hoch ich glaub da oben kann man kann man schneller Sachen erreichen wenn man hier jetzt mal so drüber klettert einmal einen abpusten hier da ist eine Flagge müsste ich eigentlich mitnehmen ich weiß zwar noch nicht warum aber kostet ja nichts ne außer ich sterbe da jetzt dann kostet das ganz viel nehm ich nochmal den Weg dorthin und ich